Das ist kein gewöhnlicher Kran. Er ist leistungsstärker, schneller, sicherer und durch und durch effizient. Der CXT Neo mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung per Umrichtersteuerung, ASR, passt seine Geschwindigkeit dem Lastgewicht an. Cornecranes weiß, dass Krane meistens niedrigere Lasten heben als die maximale Nennlast. Dieser Kran hebt Lasten bis zu 50% schneller und steigert so die Produktivität. Dank ASR hebt er auch schwere Lasten immer mit der richtigen Geschwindigkeit. Für verbesserte Lastkontrolle, präzises Lastenhandling und erhöhte Sicherheit. Das nennen wir intelligenter, wenn es drauf ankommt. Stufenlose Steuerung der Geschwindigkeiten sämtlicher Antriebe sorgen für eine sanfte Fahrbewegung. Er ist agiler und kompakter, ohne vom Kran herabhängende Elektrokabel. Er ist ergonomischer in der Anwendung und erlaubt eine bessere Kontrolle bei angemessenem Sicherheitsabstand. Mit diesem intelligenten Kran heben Sie Lasten sicher und zuverlässig auf Jahre hinaus. Wie schon gesagt, der CXT Neo ist kein gewöhnlicher Kran. Der CXT Neo setzt neue Maßstäbe in der Krantechnik.